Hallo liebe Patienten, mein Name ist Petra Krusch. Ich bin Teil des Verwaltungsteams der Zahnärzte an der Kreuzkirche und da wir meistens im Hintergrund agieren, wollen wir uns heute vorstellen. Mein Name ist Nina Lenkheit. Wenn es um die Erstellung eines Zahnersatzantrags geht, lernen wir uns kennen. Ich schreibe für Sie den Heil- und Kostenplan und bespreche anschließend mit Ihnen den zu erwartenden Zuschuss und die entstehenden Kosten. Sobald der Antrag dann genehmigt ist, kann es sein, dass noch Unklarheiten bestehen und wir uns noch einmal zusammensetzen. Ich heiße Corinna Isig und bei eventuellen Rückfragen zu den Terminen oder zum Behandlungsablauf habe ich für Sie die Antworten. Es kann gut sein, dass wir uns in Ihrem Fall nicht persönlich kennenlernen. Denn ich, Anja Tovara, werde Ihren Vorgang bearbeiten und die Unterlagen mit Ihrer Krankenkasse abrechnen. Das Zusenden Ihrer Rechnung würde ich ebenfalls veranlassen. Nach Erhalt der Rechnung wenden Sie sich vertrauensvoll an mich. Zu Fragen, für Zahlungsweise oder dergleichen, stehe ich Ihnen gerne zur Seite. Egal in welcher Reihenfolge wir Kontakt haben, das Verwaltungsteam der Zahnärzte an der Kreuzkirche steht Ihnen gerne mit Rat und Tag zur Seite. Wir freuen uns, Sie weit in unserer Praxis begrüßen zu dürfen. Egal in welcher Reihenfolge wir Kontakt haben. Egal in welcher Reihenfolge wir Kontakt haben. Die Corinna muss lachen. Wir Kontakt haben. Was sagst du denn da immer, Peter? Und dann nochmal werfen wir,